Und damit herzlich willkommen zum wärmsten Podcast, der gerade läuft. Hallo Jean, hallo Hauke. Hallo Micha. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich muss sehen, ich muss schauen, ich sehe gerade, ich sehe schrecklich aus. Sieht auch schrecklicher aus als in der normalen Kameransicht. Ich gleiche mich einfach dem Hintergrund an, das Hemd. Das gehört so. Das habe ich genauso gekauft. Achso, das meinst du. Ja, also ich habe heute am wenigsten zu tun. Das Thema kam von euch beiden. Das ist, muss ich gar nicht so viel denken bei der Hitze. Du sitzt ja quasi so ein bisschen eher im Team Tux-Tage drin. Also doch ja deutlich stärker da drin. Du machst da ja auch relativ viel. Ja, aber ich bin der Mann hinter den Kulissen. Es sei denn zu den Tux-Tagen, dann bin ich auch vor den Kulissen. Aber ich bin aus der Organisation so ein bisschen raus. Das ist auch ganz gut. Ja, okay, gut. Womit fangen wir an? Fangen wir einfach mit Terminen an? Ich glaube, Termine sind immer ganz gut. Ich finde Termine und dann, dass man sich schon bei uns eintragen kann für Vorträge. Genau, das ist super. Also da können wir ja quasi dasselbe machen, nur mit anderen Terminen. Also eigentlich ist es ja auch quasi von der Art her. Denn wir suchen ja, also für die Kieler Open Source und Linux-Tage und für die Tux-Tage natürlich noch Leute, die uns unterstützen. Sowohl bei Vorträgen, bei Workshops, bei Sponsoring. Soweit wären wir gleich. Bei uns gibt es noch eine Ausstellung. Also bei uns kann man in Kiel vor Ort noch einen Stand machen. Ja, und das geht jetzt bei, also die Tux-Tage sind schon ein bisschen früher gestartet. Mit Call vor alles Mögliche, oder? Genau, so still und heimlich. Wir haben das jetzt schon relativ lange freigeschaltet. So richtig Werbung haben wir noch nicht gemacht. Das kommt dann noch. Haben jetzt aber schon viele Leute angeschrieben. Wir haben schon ein paar Sicher und so. Also die Ersten, die trudeln schon ein. Das ist super. Der frühe Vogel und so, der fängt den Wurm. Und wir starten dann zwei Monate später, soweit ich weiß. Das ist dann der 10. bis 12. November müsste es, glaube ich, dieses Jahr sein. Wir sind drei Tage diesmal. Wobei der erste Tag so ein bisschen LPD-mäßig ist. Wie bei euch. Die haben das ja letztes Jahr getrennt gehabt. Können wir auch nochmal später drüber reden, warum wir das jetzt wieder zusammen haben. Und, nee, genau. Also bei uns könnt ihr auch Call quasi Vorträge einreichen. Ist, glaube ich, auch erstmal gar nicht so wild, wenn ihr die, ungefähr die ähnlichen einreicht. Denn wir haben einfach ganz doch unterschiedliche Zielgruppen. Nochmal Kiel ist ja nochmal deutlich lokaler. Und halt dort im Norden nochmal viel, viel mehr vertreten. Und wir sind generell vertreten. Und haben dafür auch nochmal ganz andere Zuschauerschaften sozusagen. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, das wieder in diesem Jahr so begleiten zu dürfen. Du wirst ja wahrscheinlich auch auf den Tux-Tagen Vortrag halten, Hauke. Genau, genau. Ich werde bei den Kielux mit dabei sein und mithelfen. Und ich muss sagen, das ist einfach wunderschön, dort immer jedes Jahr mittlerweile hochzufahren. Ist schon so ein bisschen Familie geworden, muss ich sagen. Freue ich mich auch schon wieder, auch schon die Woche zugebucht. Toll, freue ich mich. Das wievielte Mal ist das denn, dass du dabei bist? Das vierte Mal. Das vierte Mal denn schon. Es geht so schnell, ne? Wir haben ja mitten in Corona angefangen. Also da hatten wir ja nur noch eine Online-Veranstaltung. Also wir haben das Ganze gestreamt. Also wir haben mit ganz wenigen Leuten da in unserem üblichen Veranstaltungsort, dem KITZ, das ist so ein Gründungszentrum, zwar gesessen, aber eben bloß für... Wie viele waren wir denn? Maximal zehn Leute. Also die es letztendlich organisiert haben, die es gestreamt haben, die teilweise noch nicht so gut waren in der Technik oder das waren wir am Anfang nicht. Eigentlich warst du ja so der Vollprofi und wir anderen, naja, so ein bisschen Learning by Doing haben das denn gemacht. Aber die ersten Male, würde ich sagen, haben wir halbwegs okay so rübergebracht gekriegt. Also es ist nicht so viel schiefgelaufen, wie es hätte sein können. Und von daher war das alles ganz gut. Aber im Laufe der Zeit ist es dann besser. Ist es ja deutlich besser geworden. Und jetzt, ich komme schon mit den Jahren durcheinander, letztes Jahr haben wir Hybrid gemacht. Genau. Da durften wir wieder mit Publikum vor Ort, also auch jetzt ohne... Ja, wir hatten ja eigentlich keine Beschränkungen mehr. Also es war ja zum Glück gerade vorbei. Und das hat alles super geklappt. Und wir haben es weiterhin dann gestreamt. Auch bei Linux Guides haben wir es ja auch live gezeigt. Und ja, also das lief eigentlich ganz gut. Was wir so ja mit diesem Corona, also mit dem, was wir davor machen mussten, wahrscheinlich so nicht gemacht hätten. Also von daher, so eine Hybrid-Sache ist eigentlich ganz gut. Auch für welche, die auch als Referenten nicht zu uns kommen, weil die Wege einfach viel zu weit sind. Das haben wir vorher, glaube ich, einmal gemacht. Da hat Jim Hall, der Mann hinter Free-Dos, was erzählt zu 20 Jahren Free-Dos, oder waren es 30? Also der kam da nicht zu uns. Er war zwar auch mal da, was uns sehr gewundert hat, aber das andere Mal halt nicht. Gefreut, gefreut heißt es. Ja, das ist total, also hätte ich ja nie gedacht. Der kommt ja aus den USA. Und dann, ja, ich habe mal geguckt, was so ein Flug dahin kostet und so. Also ich würde dann und dann vorbeikommen. Okay, gut, gerne, kommt gerne vorbei, aber ja, kommen gerne vorbei. War überraschend, aber manchmal ergibt sich sowas. Ja, genau. Termine hatte ich vorhin ja, also hattest du ja schon genannt mit den Tux-Tagen. Also bei uns ist es der 14., 15. und 16. September mit den Kilo Open Source und Linux-Tagen. Der 14. September, das ist unser Aufbautag. Und am Nachmittag gibt es dann auch den Linux Presentation Day, wo wir hier drei sehr, sehr höchstwahrscheinlich vor Ort sein werden und dann zusammen was machen. Dann gibt es uns wirklich mal live und zusammen. Das haben wir so in der Konstellation auch noch nicht gehabt. Das machen wir dann und da gibt es dann an diesem Linux Presentation Day am Nachmittag noch ein paar weitere Einsteiger-Vorträge. Und die zwei anderen Tage, das ist das Programm von einfach bis schwierig, von Anfänger bis zu gestanden, im Administrator und Spezialvorträge, alles bunt durch. Und da gibt es eben auch die Ausstellung, die wir dann haben. Also am ersten Tag gibt es die noch nicht so wirklich. Da werden zwar einige schon ankommen und ein bisschen rumwerkeln. Und ja, aber gibt es eigentlich bloß die zwei Tage danach. Genau, ja. Wie ist es bei euch mit den Teilnehmerzahlen gewesen? Also euch gibt es ja schon wesentlich länger. Es sind die 21. Kilo Linux-Tage, müsste es sein. 21. Ja, genau. Wie hat sich das bei euch teilnehmertechnisch vielleicht die Jahre überentwickelt? Corona war ja schwierig abzuzählen. Aber jetzt im letzten Jahr beispielsweise, wie viel hattet ihr da? Hattet ihr da noch Nachwirkungen von Corona? Oder wie ist dein Eindruck so? Also es ist immer so ein bisschen wellenmäßig gewesen. Also ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Aber als die CeBIT damals das letzte Mal, also als es die nicht mehr gab, da gab es wieder mehr. Und nach Corona, da war es auch wieder mehr. Also von daher gibt es wohl so ein Nachholbedürfnis nach solchen Sachen. Wenn jetzt geht es wieder oder jetzt gibt es was anderes, da hatten wir dann wieder ein bisschen mehr. Die Jahre, die ich sonst so mitgekriegt habe, also seit 2006 war ich das erste Mal da, allerdings als Aussteller. Und 2007 war das erste Jahr, wo ich ja so ein bisschen mitorganisiert habe. Da war es doch schon mehr insgesamt. Also, aber auch was so andere Messen und Veranstaltungen angeht, das war früher doch mehr, weil es diese Informationsflut aus dem Internet, die eigentlich ja jeden Tag zu jedem Thema, auch zu unseren Sachen hier, die sehr speziell sind, ja haufenweise gibt, das gab es da nicht so, also gab es halt nicht so. Also von daher ist man eher so zu Veranstaltungen, zu Messen hingegangen. Und das Interesse insgesamt an Veranstaltungen, ob das jetzt die CeBIT ist oder ob das der Linux-Tag war, der ja so eine Wanderveranstaltung war, war mal in Karlsruhe, war mal in Berlin und an vielen anderen Stellen, den gibt es ja auch schon nicht mehr. Hat insgesamt nachgelassen, war bei uns auch so. Also die guten Jahre, sagen wir mal, hatten wir so 500 Besucher. Und die letzten Jahre, keine Ahnung, 200, 250, 300, 400, also, nee, 400, nee, aber sagen wir mal 200, 250 irgendwie so um den Dreh. Insgesamt ist der Trend nach unten, ganz eindeutig. Aber mit so ein paar Wellenbewegungen, dass auf einmal wieder Nachholbedarf, dann ist es wieder voll. Ich glaube, das können wir ja schon so ein bisschen beobachten, in der gesamten Veranstaltungswelt und so weiter. Also man sieht das ja eigentlich bei fast allen Messen, dass die weniger Besucher bekommen. Haben wir ja letztens jetzt auch beide sogar mitbekommen. Wir waren auf der Hannover-Messe. Und das war schon eigentlich wenig los dafür, wie das früher mal aussah tatsächlich. Hast du jetzt gemeint, ich war das erste Mal dort. Aber auch für mich war es verhältnismäßig, wie man sich das vorstellt, wie man dann dort ist, verhältnismäßig wenig. Es war nicht leer, aber war wirklich, man hatte schon sehr, sehr viel Platz, sagen wir mal so. Hat natürlich auch seine Vorteile gehabt. Und das war dann eigentlich, wo jetzt Corona schon komplett vorbei ist. Natürlich, Corona hat dem Ganzen nicht gut getan. Was ich aber bei den Tux-Tagen merke, wir sind ja eine reine Online-Veranstaltung. Uns gibt es aber natürlich auch ehrlicherweise noch nicht so lange. Seit 2020 haben wir unsere erste Veranstaltung gehabt. Das ist auch schon die vierte Tux-Tage-Veranstaltung. Das vergeht schnell. Wir haben bis jetzt Besucherwachstum gehabt. Ganz klar. Also wir hatten im letzten Jahr, das war eigentlich schon außerhalb von Corona, gab es noch im letzten Winter Corona-Beschränkungen. Ich weiß es gar nicht mehr. Eigentlich nicht mehr so. Ich glaube, die waren schon weg. Und das wäre die Frage gewesen, okay, gut, können wir das sozusagen zu Corona-Zeiten halten oder geht es runter? Wir hatten sogar noch ein bisschen mehr, vielleicht 10% Wachstum, wenn es hoch ist, wenn es hoch kommt. Also nicht viel, aber ein bisschen mehr hatten wir. Das freut uns natürlich. Und versuchen wir natürlich auch weiter auszubauen. Bleibt aber natürlich auch langfristig zu schauen, okay, gut, inwiefern kann man das da online weiter treiben. Ganz klar, je mehr Werbung man macht und so weiter, desto mehr bekommen wir dann auch ran. Versuchen wir auch dieses Jahr wieder auch mit mehr Vortragenden tatsächlich, mit qualitativeren Vorträgen an manchen Stellen, vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle. Und da bin ich sehr gespannt, wie wir das in diesem Jahr hinbekommen. Generell ist bei euch noch online weiter geplant für die Zukunft. Also diese Hybrid, diese Hybrid-Sache, weil ich hatte eine ganz spannende Unterhaltung mit jemandem, war auf den Chemnitzer Linux Tagen, der hat gemeint, ja eigentlich kannibalisieren sich so ein bisschen dann diese Offline-Veranstaltung selber, weil man sagt, okay, gut, wir bieten auch alles online an, live. Denn dadurch sagt sich vielleicht der ein oder andere, okay, ich wollte mir diesen Vortrag, nur diesen Vortrag eigentlich anschauen. Dann mache ich das halt von zu Hause und schaue mir den Rest nicht an. Jemand, der da hinfährt, der schaut es vielleicht noch mal zwei, drei andere Vorträge an, kommt mit anderen Leuten ins Gespräch und hat somit eigentlich mehr, sagen wir es mal so, ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Habt ihr da schon einen Gedanken oder vielleicht eine Überlegung schon mal in die Richtung gehabt, wie ihr das handhaben wollt, langfristig? Letztendlich, denke ich mal, werden wir das hybridmäßig weitermachen. Denn, also jetzt ein Verlust ist es eigentlich insofern nicht. Eigentlich ist es eher so ein Bonus obendrauf. Wir haben es ja vorher, ach doch, eigentlich haben wir die ganzen Jahre das wirklich aufgezeichnet. Also wirklich sehr lange in die Vergangenheit geht es auch zurück mit den Aufnahmen. Das haben verschiedene Unternehmen mal gemacht. Ja, oder auch der offene Kanal war auch da. Dann lief es da im Kieler Kabelnetz auch mal. Die Vorträge, die da mal stattgefunden haben und die ließen sich nachträglich auch abrufen. Aber das, was so eine Veranstaltung eigentlich eher ausmacht, ist so dieses, dass du dich da wirklich physikalisch mit anderen Leuten triffst, austauscht über alles Mögliche, über Dinge, die du sonst vielleicht auch nie angesprochen hättest. Das macht es wirklich aus. Und wir machen so ein bisschen drumherum, also dieses Social-Event-mäßige. Das machen wir mit, wir grillen zusammen, wir frühstücken zusammen, wir haben eine Verlosung vor Ort. Und je nachdem, was gerade in dem Jahr dran ist, gibt es auch Sachen, die man direkt ausprobieren kann. Also wir hatten mal was mit 3D-Brillen da oder dass man sich was zusammenlöten konnte. Oder was hatten wir noch? Wir haben auch so eine Rätsel-Ecke, wo man solche Sachen denn machen kann und gibt dann hinterher auch noch einen kleinen Preis dafür. Also so Nerd-Rätsel, sowas alles. Und dieses grundlegende Bedürfnis, sich mit Menschen halt zu treffen, also das ist wirklich da bei vielen. Diejenigen, die wirklich bloß Interesse an den Informationen haben, die sind auch nicht wirklich zu uns vorher gekommen. Und es war eigentlich immer so eine relativ regionale Veranstaltung, ungefähr so wie so ein Klassentreffen mit Leuten, die man überwiegend mag und die ein gemeinsames Interesse teilen. Das war es eigentlich schon immer so. Und na ja, wenn man da nicht hin wollte, konnte man sich hinterher aus der Konserve die Vorträge auch angucken oder ja. Also das hat schon einen Wert als solches, sich dort zu treffen. Ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden, weil man nicht gerade um die Ecke wohnt. Man muss da irgendwie hin. Aber es gibt dann auch Essen und die Kaffee und die Tee, Flatrate und sowas. Also das lässt sich online halt nicht so wirklich transportieren. Und da muss man dann selbst sich um die Verpflegung kümmern und sowas alles. Apropos, das hier ist einer von den ersten Bechern noch. Da ist auch die Kaffee und Tee Flatrate bei. Und bis jetzt haben wir es immer so gehalten, dass auch die Becher von früher immer noch zählen. Also wenn ihr einmal so einen Becher gekauft habt, könnt ihr euch mit Kaffee und Tee volllaufen lassen. Bei uns. Da müsst ihr aber vor Ort vorbeikommen. Also das sind so diese Dinge, diese Dinge, die ja wirklich so eine Veranstaltung ausmachen. Das ist, denke ich mal, in Chemnitz genauso. Da wart ihr beiden ja zum Beispiel. Genau. Wie war dein Eindruck von Chemnitz? Vielleicht mich ja nochmal ganz kurz zusammengefasst. Der Witz war ja, dass für mich Chemnitz das erste Mal überhaupt Chemnitzer Linux-Tage waren. Ich fand es ganz interessant. Man hat wirklich noch gemerkt, das ist die erste Live-Veranstaltung nach Corona. Das war noch ein bisschen zaghaft. Aber komischerweise, um nochmal auf Hauke zurückzukommen, hatte ich ein ähnliches Gespräch dann mit einem Arbeitskollegen im Anschluss. Auch darüber, ob sich das, wenn man es hybrid macht, nicht irgendwie selber im Weg steht. Und da habe ich schon die Position bezogen. Eigentlich nicht. Weil ganz einfach, ja, die Leute, die vielleicht ein bisschen weiteren Anfahrtsweg haben, können sich jetzt überlegen, nichts vorbeizufahren. Aber dafür können immer noch alle, die wirklich Lust drauf haben, sich vor Ort auszutauschen, immer noch hinfahren. Plus eben, dass du einfach den kompletten deutschsprachigen Raum abdeckst mit Zuschauern, Vortragenden. Du bist da deutlich flexibler. Und meine Meinung ist eigentlich, dass Hybrid die Zukunft sein wird von solchen Veranstaltungen. Einfach wegen den Möglichkeiten. Ist sie ja, wenn man so möchte, schon bei vielen anderen Veranstaltungen. Also, dass da teilweise halt das Ganze live ist, ist ja quasi auch, also live übertragen wird, ist ja bei den Kilox genauso. Da wird ja, ich meine, alles bis auf die Workshops, jedenfalls live übertragen, auch aufgezeichnet natürlich dann auch. Beispielsweise die Augsburger haben es so, dass gar nicht, nicht mal aufgezeichnet wird bei vielen Räumen. Also, ich war jetzt in Augsburg auch dieses Jahr. Mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Wird ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei sein. Das Ding war proppenvoll. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass wir im Süden gar nicht so viel haben. an Veranstaltungen. Und von daher, genau, also war das super gut besucht, aber sie haben es nicht mal aufgenommen, sagen müssen. So, was sehr, sehr schade ist, weil sehr, sehr gute Vorträge dort waren, wo ich selber drin war, was mich sehr überrascht hat, muss ich sagen. Und das ist schon eine coole Sache gewesen. Von daher, ja, also ich ziehe da fast die Stellung. Ich glaube, ich fände es optimal, je nachdem, dass man sagt, okay, gut, man nimmt den ganzen Spaß auf und veröffentlicht den dann halt eine Woche später oder sowas. Dann können die Leute, die halt eben nicht die Möglichkeit hatten, dort hinzufahren, sich das trotzdem noch anschauen. Sie haben zwar nicht den Bonus mit dem Live, das macht aber dann nicht so sehr die Veranstaltung vielleicht selber kaputt, wenn man so möchte. Weil, ne, mit der Live-Technik, mit der Live-Stream-Technik oder sowas, wenn man da nochmal Fragen von online bekommt, ich glaube, das könnte manchmal ein bisschen holprig sein. Ich weiß gar nicht, wie wir das letztes Mal bei den Keylogs gemacht haben. Fragen konnten schon gestellt werden online, oder? So war das. Ja, genau. Also wir hatten ja diesen BigBlueButton, obwohl das war zu Corona-Zeiten. Ah, gute Frage. Letztes Jahr ist letztes Jahr. Ist schon wieder zu lange her. Also am Anfang hatten wir in BigBlueButton die ganzen Vorträge drin, die waren aber alle online. Und wenn man jetzt eine Frage stellen wollte, musste man in den jeweiligen Raum zu dem Vortrag rein. Und da haben wir dann die Fragen gesammelt. Und je nachdem, wie der Referent das haben wollte, entweder in kleine Pausen eingestreut, hier, da ist nochmal eine Frage, oder gesammelt und am Ende dann als Blog nochmal gefragt. Übrigens, folgende Fragen haben wir. Und ich meine, letztes Mal haben wir von verschiedenen Kanälen zusammengesammelt. Da haben wir ja auch mit ein paar Leuten zusammengesessen, die wirklich die einzelnen Kanäle betreut haben. Da hatten wir YouTube, Twitch und Oncas, also selbst auf der Seite das drauf. Und überall gab es so eine Chat-Möglichkeit. Die waren alle auf der Seite. Ich meine, so war es, ja. Ich glaube, das haben dann diejenigen, die dann da sozusagen das aufgenommen haben und live geschnitten haben sozusagen, die haben das dann, glaube ich, auch vorgelesen immer, meine ich. Also wir hatten auch Moderationen, also haben wir nicht gebraucht. Also waren alle brav genug. Also da ist nichts vorgefallen. Aber die haben dann so ein bisschen zusammen, also ein bisschen vorgefiltert, ob das denn volle Fragen sind. Und dann hatten wir einen Matrix-Kanal extra. Also für jeden Raum gab es einen Matrix-Kanal. Und da denn, oder? Nee, Nextcloud. Das haben wir über Nextcloud noch gemacht. Da hatten wir denn pro Raum einen eigenen Kanal intern, wo die Fragen dann reinkamen. Sodass die Leute, die in dem Raum gesessen haben und sich um die Technik, also Bild und Ton gemacht haben, die haben dann gesehen, aha, da sind jetzt Fragen aufgekommen. und genau, die lesen wir denn vor oder so. Genau, ich meine, so war es. Aber es ist ja noch nicht mal ein Jahr her, aber irgendwie, hm, ja. Ja, man vergisst es so schnell irgendwie, dann die Details, ne? Ja, absolut. Ist bei euch dieses Jahr was Großes, irgendwas geplant, sozusagen irgendwas, was ihr ändern wollt im Gegensatz zu den letzten Jahren? Oder ist quasi eigentlich alles wie immer in gewisser Weise? Also jetzt, letztes Jahr war ja noch ein bisschen speziell, also da hatten wir unser 20-jähriges Jubiläum und da wir ganz gut so davor waren, gab es das erste Mal auch ein großes Buffet. Also das wird es dieses Jahr, denke ich, eher nicht geben, es sei denn, es klappt wieder ganz gut. Aber was macht man denn zum 25., wenn man das jetzt jedes Jahr macht, ist auch irgendwie gut. Ähm, insgesamt, ähm, vielleicht wird es was zu VR geben, dass es so einen Bereich, äh, gibt, wo man, äh, mal mit so einer Brille rumlaufen kann und so ein paar Sachen ausprobiert. Das, äh, denke ich mal, wird es geben. Ich glaube, dass es klappt. Ja, und ansonsten kommt es darauf an, welche, welche Aussteller denn nun wirklich kommen. Also ein paar, äh, haben schon Interesse bekundet und, ähm, ja, also es kommt wirklich darauf an, was, was denn da noch so eintrudelt. Wir sind ja noch relativ am Anfang mit der Planung. Aber im Großen und Ganzen, ähm, ist es so wie in den letzten Jahren. Also wir sind eigentlich relativ konstant mit den Dingen, die wir so über die Jahre machen. Also, ähm, die, also die meisten Sachen, die haben sich einfach als interessant genug herausgestellt, sodass man sie jedes Jahr wieder macht. Also wie die, die ist Frühstücken oder so. Da haben wir irgendwann gedacht, naja, warum nicht? Probieren wir es mal aus. Äh, ist gut gelaufen. Also machen wir es wieder. Oder mit, mit dem Grillen sind wir irgendwann mal drauf gekommen, warum nicht? Das Wetter ist ja nun nicht so schlecht. Also, es ist oftmals schlecht. Aber, ähm, wenn es nur ein bisschen nieselt, dann kann man es halt trotzdem machen. Also haben wir sowas dann immer wieder gemacht. Genauso wie mit den Verlosungen. Wir hatten auch ein Jahr mal was zum, äh, eine Möglichkeit, sodass man Altgeräte untereinander austauschen konnte. Also quasi so eine Hardwarebörse. Ich habe hier einen alten Rechner oder so. Der funktioniert noch. Ich brauche ihn nicht mehr. Wer möchte ihn haben? Und wir hatten auch so eine große Recyclingtonne mit, für Elektroschrott dabei. Das haben wir einmal gemacht. Das, das ist nicht, also der Aufwand war groß und das Interesse war gering. Also haben wir einmal ausprobiert. Das kommt dann nicht wieder. Und, ähm, ja, dieses, dieses Jahr, bis auf jetzt VR, äh, was jetzt was Neues wäre, was wir zwar in kleiner Form schon mal hatten, aber nicht so zum Rumlaufen, sondern zum, äh, ein bisschen Rumspielen. Ich meine, das war Godo und Blender zusammen. Also die, die hatten ja mal sowas. Ja, nö. Also von daher wird es relativ, ähnlich sein wie im letzten Jahr. Und VR-mäßig ist bei euch jetzt was geplant, oder habe ich das nur, ähm, Also das ist insofern schon geplant. Und wir haben uns auch schon grob überlegt, wo wir das am besten ortsmäßig unterbringen, sodass es, äh, möglichst wenig Kollisionen gibt. Naja, auf dem Dach ohne Geländer. Ja, genau. Ja, das wäre eine Option. Es gibt ein Flachdach. Also man könnte das machen. Aber dieses Jahr für den Darwin Award, ähm, hm, ja, äh, nee, machen wir doch nicht mit. Genau. Nee, also, ja, genau. Also quasi so ähnlich wie letztes Mal, vielleicht ein bisschen, ja, also höchstwahrscheinlich was mit Feuer und Rumlaufen. Ja, oder sowas wie während der Corona-Zeit, ähm, da hattet, äh, oder wann gab's das erste Mal? Letztes Jahr gab es ja dieses, diese 3D-Welt, ne? Bei uns bei den Tux-Tagen. Ja, das, äh, wie hieß das noch? Ja, äh, Mozilla Hubs war das. Äh, wir haben's einfach 3D-Gelände genannt, ne? Äh, wir, ich wollte nicht Metaverse. Also ich hab am Anfang Metaverse vorgeschlagen, äh, dann das Team, ne? Äh, so, äh, was, was war ja? Wir hören doch nicht zu Mark Zuckerberg und so, das will ich so unbedingt umbenennen. Ähm, haben wir dann auch. Ähm, aber im Grunde ist es sozusagen, ja, ein 3D-Gelände, wo man mit dem Browser auch zuschalten kann. Auch mit einer VR-Brille, wenn man möchte. Aber, ja, ich sag mal, die meisten haben es den Browser gemacht. Ähm, und das war eigentlich ganz gut. Es war wenig los, muss man sagen. Also wir haben, ich glaub, ähm, also wir waren ein Team von 4 oder 5 Leuten, die das gebaut haben tatsächlich letztes Jahr. Ähm, und, äh, haben da schon relativ viel Aufwand auch reingesteckt, muss man sagen. Auch technischen Aufwand. Wir haben ausgelotet verschiedene Möglichkeiten. Ähm, und, äh, das, äh, ja, war natürlich am Ende ein bisschen schade, dass weniger los war. Wir hatten so, ich glaub, maximal so 20 bis 30 Leute drauf. Meistens waren so, ja, zwischen 5 und 10 Leuten. War eigentlich immer ganz gemütlich, aber war trotzdem schön, dass wir gesagt haben, das machen wir wieder mit vielleicht ein bisschen mehr Anreizen, dass da auch mehr Leute draufkommen. Ähm, und von daher, ähm, ja, erweitern wir das tatsächlich gerade. Sind da sogar schon langsam in der Endphase. Also wir planen ja immer das ganze Jahr über. Ähm, von daher gehen wir das immer ein bisschen gechillter an, sozusagen, aber dafür halt durchgängig. Das ist ganz schön. Ähm, und, äh, von daher sind wir tatsächlich, auch wenn wir ein bisschen weiter entfernt sind, schon ziemlich fertig mit der Planung her, ja, wie wir das machen wollen und was wir ungefähr machen wollen, ne. Also wir wollen am Anfang eine LPD machen, das erste Mal. Äh, diesmal wirklich vor der Veranstaltung. Äh, direkt davor sozusagen am Freitagnachmittag bis Abend irgendwann. Ähm, dann, ja, so drei, vier, ne, ähm, Vorlesungen beziehungsweise Vorträge. Und, ähm, das Ganze dann halt eben, ja, kombiniert. Weil letztes Jahr haben wir das ja, haben wir ja zwei Veranstaltungen gemacht. Einmal im Mai, glaube ich, hatten wir den LPD alleine und dann nochmal die Talkstage. Ähm, das war generell auch ein großer Erfolg, auch der LPD. Ähm, allerdings, als ich dann, als wir dann fertig waren mit dem LPD, und da muss ich auch manchmal nur ich sagen, weil ich organisiere da schon sehr, sehr viel im Hintergrund, hab ein Team, ohne das würde ich das nicht schaffen, ganz klar. Ähm, aber doch viel Planung liegt dann schon bei mir. Und dann, ähm, ja, waren wir sozusagen damit fertig. Und dann musste ich sofort anfangen für die neue Veranstaltung eigentlich. Und das war mir dann schon sehr, 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 sehr viel. Zu viel, um echt zu sein, dass ich mir gesagt hab, okay, gut, dann machen wir dieses Jahr nur eine Veranstaltung und kombinieren das. Denn für den LPD musst du genauso Werbung machen, vielleicht sogar noch viel, viel mehr Werbung, weil du ja ganz andere Zielgruppen erreichen möchtest in der Regel. Und, ähm, das haben wir dann gesagt, okay, gut, dann machen wir dieses Jahr das Ganze zusammen. Wir haben am Freitagabend ein Gaming-Turnier. Mit 0 AD und Super-Tux-Card bis jetzt. Sogar mit einem Preisgeld, ne? Das wird sehr, sehr, sehr cool. Da sind wir grad noch ein bisschen in der Planung. Ähm, am Samstag geht's dann los wie I und I wahrscheinlich wieder ne... Ja. Ja, wir haben sogar einen der besten Caster für sowas bekommen, den's gibt. Stimmt, 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 absolut. Den kennst du, Hauke. Ja, genau, ja. Hm. Genau, genau. Also wirklich, ähm, also, das kann nur gut werden, ne? So, da, 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 auch wenn das Event scheiße wird, der Caster reißt es raus. Ja, wenn wir sehen. Ja, sowas von, sowas von. Wird jedenfalls eine coole, wird auch wieder so ein Testballon. Ja, mal schauen, wie das ankommt, wie viele sich anmelden und so weiter. Ja, das wird cool. Ähm, am Samstag geht's... Machen wir dann Casual-Business-Caster? Also, ich hab nen Sacko an, aber unten drunter Jogginghose? Oder wie machen wir's? Du brauchst nicht meine Jogginghose. Alles gut, alles gut. Ach so. Naja. Geht auch ohne. Geht auch ohne, geht auch ohne. Aber im Winter wird's wieder kühler. November? Ja, November ist kühler, das stimmt, das stimmt, ne? Da friert irgendwas zu. Aber jedenfalls, ähm, würde ich sagen, wir waren stehen geblieben. Am Samstag, Samstagmorgen, gibt's wahrscheinlich wieder eine Podiumsdiskussion. Wie in den letzten Jahren sozusagen so der... Einer der Höhepunkte, sagen wir so, von vielen. Ähm, und zwar, ähm, genau. Wahrscheinlich wieder mit ein paar, äh, bekannten Gesichtern aus der Podiumsdiskussion. Mal schauen, wen wir da wieder mit an Bord bekommen. Letztes Jahr war das ja der Frank Karliczek, Lothar Becker, Hauke war mit dabei. Ähm, Thorsten war mit dabei. Thorsten Franz von Ubuntu. Und ich glaube, das müsste es gewesen sein. Ich hoffe, ich hab keinen vergessen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Klingt erst mal relativ vollständig. Klingt relativ vollständig, ne? Ähm, und genau. Das haben wir dann tatsächlich, äh, so, äh, letztes Jahr, in den letzten Jahren gemacht. War eigentlich auch mal sehr, sehr cool. Ähm, dann ganz normal mit den Vorträgen und so weiter geht's los. Workshops teilweise. Abends, äh, geht's dann mehr in das 3D-Gelände. Dort wollen wir viel, viel mehr Fokus aufs 3D-Gelände legen. Ähm, unsere Gaming-Nacht sozusagen werden wir dann das, den Abend der Feuer sozusagen machen. Und dann am Samstagabend geht's dann mehr in Richtung, ja, Richtung 3D-Gelände. Da bin ich sehr gespannt, was das wird. Ähm, die Zuschauer hoffentlich auch. Und am Sonntag geht's dann natürlich auch wieder weiter mit Vorträgen und Workshops. Das wird meistens am Sonntag aber ein bisschen weiter in die Tiefe, ne? Sozusagen mit den Themen gehen, ähm, dass man da dann auch nochmal, auch die Leute, die jetzt erst mal, ähm, genau, vielleicht noch was ganz Spezielles lernen wollen, dann dort auch ihre, ihren Punkt finden werden. Auch Richtung Maker-Bastler-Ecke gibt's dann auch sonntags, äh, dann wieder relativ viel. Da haben wir sogar schon echt coole Vorträgen mit an Bord. Möchte ich noch nicht zu viel vertraten. Also, ja, das ist sozusagen, sind sozusagen die Tux-Tage. Ich denke auch, wir werden wieder einen Quiz machen. Und das kam letztes Mal eigentlich ganz cool an, ähm, äh, hatten wir dann einen Live-Quiz, wo man dann mitraten konnte. Das, ähm, fand ich eigentlich ganz gelungen. Ähm, würdest du das auch sagen, Micha, oder, äh, warst du am Quiz dabei? Ich war am Quiz dabei, ja. Ja, können wir doch machen. Aber war nicht sogar ein, äh, Quiz im 3D-Gelände geplant? Oder läuft das parallel? Genau, ja, 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 das gibt's auch noch, das gibt's auch noch. Ach so, das kommt dann zusätzlich. Das kommt, ja, das ist ja so zu machen, ne? Das ist ja dann am Samstagabend wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen größer zu machen und halt sonst rum. Ähm, ähm, und, äh, genau. Nö, das ist noch mal abgetrennt, ne? Das sind noch mal andere Fragen und so weiter, ne? Da schauen wir mal, wie wir das machen. Äh, so zu 100 Prozent, wie das mit dem Quiz dann läuft, das wissen wir, also weiß ich noch nicht, ne? Haben wir noch nicht geplant. Ähm, bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit. Wir sind ja im November erst dran. Call for Papers-Phase und Sponsoren-Suchphase läuft gerade schon, haben schon ein paar coole Leute mit an Bord. Und, ähm, ja, wird so oder so, denke ich, eine ganz coole Veranstaltung und freuen uns natürlich über jeden Besucher. Ähm, ich muss sagen, einer der größten Erfolge, die wir hatten mit den Tux-Tagen, war an den, ähm, Augsburger Linux-Tagen. Ähm, Infotag, Linux-Infotag heißt das. Habe ich ja einen Vortrag über den Linux-Assistent gehalten, ähm, und, äh, dann kamen halt ein paar Leute danach halt zu mir und sozusagen haben mich da angesprochen und irgendwelche Fragen gestellt über den Linux-System oder irgendwie Ideen gegeben. Und dann hat der eine gemeint, ja, und wir sehen uns auf den Tux-Tagen. Ich so, ey, cool. Also, ähm, dann so, ne? Man denkt das gar nicht, weil wir, tatsächlich, das gesamte Team hat ja noch nie einen Besucher live vor Ort gesehen, weil es halt eben alles online. Und das ist dann schön, wenn man dann aus der, ähm, Offline-Welt dann doch immer mal ein paar Hinweise bekommt, so, hey, äh, du machst doch die Tux-Tage. Und das ist super, super cool, ne? Ist häufiger, passiert schon bei verschiedenen, ähm, Orten. Und das ist eines, eines der größten Lob, Lob, Löbe, Lob, eines, eines der größten Komplimente, ähm, die man bekommen kann tatsächlich. Und das, ähm, ja, motiviert uns auch immer weiterzumachen und dann der Linux-Community so ein bisschen was zurückzugeben, weil am Ende ist es schon mehr Stress, als dass es sich eigentlich für irgendjemanden von uns lohnt. Aber, was sich lohnt, ist halt eben so ein bisschen euer Feedback und das ist einfach großartig. Deswegen machen wir das jedes Jahr. Und ich denke, das ist bei euch genauso, Hauke, ne? Ähm, letztendlich ist das so, ne? Also, ich darf jetzt nicht anfangen, Stunden zu zählen oder sowas, wie viel Zeit ich da rein, äh, stecke für diese, ja, zweieinhalb Tage, die man so als Besucher mitkriegt. Ähm, ja, als Besucher merkt man vielleicht an vielen Stellen überhaupt auch gar nicht, was da für eine Arbeit drin steckt. Ähm, das, das ist einfach so. Das soll ja auch nicht so rüberkommen, so als ob wir da nun komplett überarbeitet sind oder sonst irgendwas. Ähm, ja, aber das ist halt ein ehrenamtliches, äh, eine ehrenamtliche Veranstaltung. Ähm, ja, und so ist halt die Interessenlage, ne? Also, wir machen halt sowas, äh, wo andere Leute den Kopf schütteln würden und, ähm, andere machen halt was anderes. Die haben ihren, keine Ahnung, äh, Angelverein oder sowas, wo ich mir denke, naja, warum nicht, wenn es euch Spaß macht, aber es wäre nicht so meins. Also, äh, ist so, ne? Also, das ist mehr oder weniger ja ein Hobby, wo sehr viel Zeit reinfließt. Und, ähm, ja, ich finde es einfach eine nette Sache, sodass man sich eigentlich jedes Jahr wieder trifft mit, ähm, ja, doch so einem harten Kern, halt jedes Jahr wieder mit dabei ist. Aber es kommen auch Leute mit dazu, die dann, ähm, ja, also, die man entweder gar nicht auf dem Schirm gehabt hat, die sich denn trotzdem für, äh, für Dinge interessieren und so. Und, äh, das ist, das ist einfach eine nette Sache. Darum mache ich das nach dieser ganzen Zeit immer noch. Jo. Absolut. Ähm. Und solange es sich lohnt und Spaß macht, also, tut es ja immer noch. Also, da denke ich mal, da spreche ich für uns drei. Absolut. Und was man eigentlich für, äh, für Späße dann sozusagen, oder was man dann sozusagen gemeinsam erlebt, sagen wir mal so als Team. Das ist eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung und ist eigentlich schon sehr lohnenswert, muss man sagen, ne. Allein auch, wenn es, wenn du irgendjemandem wieder einen blöden Witz reißt, ist es auch nach dem hundertsten Mal immer noch witzig. Es ist eigentlich traurig, ne, aber es ist super witzig. Ein Nix-Witz. Ich wollte gerade sagen, da machst du nix. Da kommt nix rum. Da muss ich euch mal was geben, wenn, 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 wenn der Wolfer bei euch das nächste Mal was macht. Ich habe was vorbereitet. Von Ritter der Kokosnuss habe ich was um, umgedingst. Das muss ich euch mal so kommen lassen. Sehr stark. Das, wenn, das, das wird cool. Absolut. Du müsstest da ganz lieb grüßen und das Bild einblenden. Das machen wir dann, das machen wir, ne. Ne, ich kann, ne, ich mache mich nicht größer. So, aber jedenfalls, ähm, ja, ich habe, ich habe so eine Zoom-Funktion bei meiner Kamera entdeckt, dass ich das auch während des, äh, Web-Meetings oder sowas dann immer machen kann. Das ist ganz fies, ist ganz fies, ne. Ne, wenn man die Möglichkeit hat, ne, und sie nicht nutzen darf, dann ist es eigentlich noch viel interessanter, um ehrlich zu sein. Aber jedenfalls, Hauke, hast du noch etwas von den Keylooks mit auf den Weg zu geben, so, oder was du noch ansprechen möchtest? Ne, ich glaube, eigentlich haben wir alles. Also, letztendlich am Ende nochmal so den Aufruf, also sowohl für, für unsere Keylookensource- und Linux-Tage und natürlich auch für die Tux-Tage. Also, wenn ihr was machen möchtet, habt ihr die Gelegenheit, jetzt was anzubieten, also Vortrag, Workshop und, äh, Sponsoring natürlich. Und bei uns nur ein Stand, macht das gerne mit, ähm, die, äh, Webseiten, wo ihr das machen könnt, die, äh, stehen nachher in den Beschreibungen, wo, äh, wo der, der Podcast oder auch, ähm, mit Bewegtbild das Ganze nochmal veröffentlicht wird. Also, es landet hinterher auch in meinem Kanal. Ähm, und, weiß ich nicht, wo landet es noch? Auf der Tux-Tage-Seite? Oder, oder wo? Äh, nicht dabei ist jetzt der Schluss auf YouTube. Genau, das ist so. Tux-Tage, äh, YouTube-Kanal, äh, und Spotify. Hm, und eventuell plane ich vielleicht die Folge auch auf Linux-Guides eventuell nochmal im gestemten Format rauszubringen. Vielleicht. Ich möchte mal zu viel ankündigen. Genau. Ich wollte es jetzt aktiv aus meinem, äh, Kanal rausnehmen, weil das macht keinen Sinn, wenn man es nicht drauf streamt, dass es extra hoch heran wird. Dafür habe ich einfach noch kein Publikum. Hm, das kommt noch. Ja. Apropos, abonnieren, Saint of Sinner, auf Twitch folgen und auf YouTube. Ähm, beide Links, äh, sind dann in den jeweiligen Beschreibungen und vielleicht auch gleich im Chat. Ähm, genau. Wenn sie nicht vergessen werden. Aber sowas noch nicht. Ja, ähm, ansonsten noch irgendwas? Denn heute wollten wir es ja ein bisschen kürzer machen. Ja, 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 wir können gleich zu Ende kommen, aber du hast ja vorhin was angeteast, was ja diesmal eine Premiere bei den Keylogs sein wird. Und wenn nichts dazwischen kommt, also kein Unwetter oder, oder sonst da was oder Krankheit, dann wird es zum ersten Mal so sein, dass wir dreimal, äh, uns in echt treffen. Ist noch nie so passiert in der Konstellation, ne? Genau, genau. Und, äh, wirklich zu den Keylogs, ähm, zu dritt quasi vor Ort sind und dann verrückte Sachen machen können. Ähm, genau. Ich freue mich sowas noch drauf. Also das wird, wird cool. Genau, also Kaffee, Kuchen, Pinguin, Part 2, ähm, können wir machen. Podcast direkt dort aufnehmen. Genau, ja. Und vielleicht sogar, dass wir wirklich alle Kaffee und Kuchen haben. Ja. Zwei von uns waren ja schlecht vorbereitet. Hm. Naja, so ist das immer. Ich glaube, das war auch bei den Tux-Tagen. Wir hatten auch mal Tux-Tage-Frühstück so mäßig. Und beim aller, allerersten Mal, glaube ich, ich meine es. Und ich glaube, dann warst du auch derjenige, der als Einziger beim Bäcker war, oder sowas. Ich habe Nutella-Toast gehabt. Ich hatte was. War nicht ordentlich, aber ich, ja, hier, genau. Top vorbereitet, muss man sagen. Vorbereitung ist das halbe Leben. In der Tat, absolut. Ne, also da bin ich gespannt. Obwohl mir ja schon die Bahn so halbwegs Stöcke an den Weg liegt, aber noch sind die, ähm, überwindbar. Okay. Das kriegen wir hin. Ne, die ersten Bauarbeiten. Sonst ein Primarchit. War nur mit E-Fuel betankt, oder was? Nur mit E-Fuels, also, ne? Sonst kommt mir nichts anderes in die Tüte, ne? Sozusagen. Schön. Ja, werden wir sehen. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, wir haben alles gesagt, was zu sagen ist. Werbung haben wir ganz dreist dazwischen geschmissen. Und es ist keinem aufgefallen, hoffentlich. Naja, gut. Ja, das wär's eigentlich, ne? War wieder schön, mit euch zu quatschen. Genau, wunderbar. Ja, dann macht's alle gut. Und, ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Passt aufs Gewitter auf. Genau. Und viel trinken. Viel trinken bei der Hitze, genau. In beider Hinsicht. Macht's gut. Bis dann. Und nicht wundern, äh, genau. Ich bin dann mit offline, weil es ist einfach zu warm heute, um weiterzumachen. Und Gewittergefahr. Hitzefrei. Ja, deswegen, ich nehm mir mal hitzefrei. Hast du auch verdient. Ja. Deswegen, macht's gut, gesund bleiben. Ähm, Saint of Sinner. Follow, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, das wär ganz nett. Und ansonsten, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und jetzt sehen wir uns beim nächsten Mal. 9. 13 15 20 21 21 Vielen Dank.